ha alter hallo das ist wieder ein extra spiel mit mir dabei ist der killer kicks hallo die ich hab doch ich keiner hatte ich werde die ganze zeit getroffen aber ich frag mich von wem auch da los triffen triff sind triff kommen schaust du schaust du dich komm und nochmal Du schießt immer daneben, oder? Oder warst du das überhaupt nicht? Wo bist du? Bist du denn da unten? Ah, ja. Ich komm da mal wieder ran. Soll ich dir helfen? So. Gut so? Danke. Ich brauchte diese Bestätigung. Oh, der Sponter ja da. Was ist denn los bei dem? Kannst du eigentlich einstellen, dass man mich eigentlich hört, oder? Ja, könnte ich machen, aber man hört sich auch, aber nur sehr leise. Ach so. Das altbewährte Problem. Bist du noch nicht am Leben? Ja, ich hab noch acht Leben. Stell dir vor. Komm schon, Junge. Ich geb dir Headshot. Komm schon. Komm, Herr Junge. Der hat eben kein Killing lieb, what the fuck. Oh, jetzt ist er weg. Jetzt ist der Grüne alleine, auch schön. Ich komm da mal. Ach, das bist du gar nicht. Du bist da oben. Hallo. Ist das die? Die, ich weiß welchen Nudel. Ich mein die Nudel, die da oben kämpft. Ach so. Die sind. Ja, alter, was machst du mit deiner Leertaste? Ich spreche hoch. Wieso gibt uns seine Welt kein Leben? Das ist echt unge... Äh, unführer. Granate. Was wird das? Ich dachte, wir machen da so ein ganz tiefes Loch an mit so Granaten. Wieso? Achso, ja, okay. Ja, ist gut. Aus langer Weite. Weiter. Ich hätte gerne welche. Du hast keine Ganaten. Nein, du? Ja, siehst du. Wo haben wir denn den? Alter. Ich bin gefallen. Nein, ich bin eine ganze Stufe runtergefallen und bin tot. Acht. Wo ist denn hier der Grüne? Ich komme raus. Ein Wunder. Ich begleite die Flagge. Oh, der Grüne ist bei uns. Der Grüne ist bei uns. Er war auf unserer Base. Die ganze Zeit. Alter. Mega. Boah, ich hätte mich fast noch getroffen. Alter. Ähm. Äh, was schreibt ihr in den Chat? Wollte ich doch gar nicht drauf. Oh, jetzt sind wir noch zu dritt. Werden ja immer mehr. Ich bin an unserem Spawn. Komm, schnell. Zu gut. Zu gut. Ja, ich bin zu gut. Wo ist eigentlich unsere Base? Dein Ernst? Nein, wo ist... Alter. Verdammt, Alter. Ich falle hier rein. Gibt's auch gar nicht. Ich muss hier wieder raus. Hallo. Befreit mich. Da ist irgendwie so eine coole Tasche. Die bringst du gerade mit, oder? Ja, die. Okay. Alter. Wie schlecht bin ich eigentlich heute? Sehr schlecht. Okay. Tschüss. Achtung, hinter dir. Doch, du wirst gleich. Von hinten kommt gleich der. Der ist nämlich gerade neu gespawnt. Dann nehme ich ein One-Hit. Alles klar. Dann nimmst du ein One-Hit. Ich werde den Instant weghauen. Dann hau den Instant weg. Ach, bist du das? Oh, Alter. Ich wiederhole nochmal besser alles. Oh je, der ist hinter dem Berg. Hinter dem Berg? Ja, der kommt gerade da drüber. Kommt da oben zu den komischen Gebauten. Jetzt ist er da oben. Ja, los. Spring. Ups, 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 ups. Ey, das war meiner. Ups, oh. 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 Alter. Wollt nicht. Ja, scheint so. Also, ich habe ihn gerade gefragt und er schreibt dir. Yo. What? Alter. 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 Ja, ich glaube schon. Und er kommt von oben. Gleich. Und ich bin tot. Das muss man mal. Das ist Kunst. Los, du schaffst das. Ich verglaube dir. Du bist sehr gut. Ich weiß. Ich bin der Master. Alter, wieso treffen wir nicht? Nee, immer auf Kopf. Ja, los. Spawn schneller. Du hast ein Messer? Woher? Achso, geschnitten. Ja, auch gut. Ich habe ein Butterfly dabei. Du weißt nicht, was ein Butterfly ist? Ich baue eine pinke, schöne Brücke. Baut du eine pinke, schöne Brücke. Trifft doch mal. Das schade Ding trifft nicht. Ich finde die Brücke sehr schön. Ja. Baut du mal schön weiter, denn du wirst gleich von hinten gescoped. Doch, die kommen ran. Alter. Jetzt pass mal auf. Okay. Baut dir erstmal eine pinke Brücke hin. Da hinten. Da ist einer. Du triffst nicht. Du triffst nicht. Du triffst nicht. Du triffst nicht. Alter. Alter, ich habe dreimal mit dem auf eine Schrot eingeballert. Und der liegt nicht down. Niemals. Was hast du? Ach, du hast auch die. Okay. Okay. Selbstmord. Zip. Prrp relocate. Rip relocate. Rip, squatsate. Rip, squatsate. Lalalala. Lalalalalala. Blaue die Mauer wieder auf. Wenn du vezesBaby das nicht thickot was ich meine. Geht's doch so. Ja, also ich, genau, ich nehme hier gar nicht auf. Ich tue nur so. Ich nehme die Folge von Killer Kick, deswegen seht ihr mich auch am Spielen. Das ist so ein ganz cooler Trick, den kann man so einstellen. Alter, die sind echt gut, die machen uns echt mega fertig. Oh, ich hab irgendwie... Ja, hinter dir, die kommen jetzt an. Achso, okay. Ja. Ich hab dich neulich gesehen, wie du runtergefallen bist. Ja. Ja. Die kommen mit keinem Kreuz hier zurecht. Triple Curl. Ah, komm. Ey, die haben auch keinen Sinn für Humor. Puff. Puff. So. So, du kannst dann gleich mal eine Fünkebrücke besteigen. Wat? Wat? Die Fünkebrücke gleich besteigen. Ich besteige hier nichts. Was tust du? Ja, okay. Dadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoo. Hinter dir. da ist einer ich habe ich habe ganze 99 ich werde auch getroffen hat sie hat sie ist da behind you see auch keine ahnung der hat bestimmt schnupfen alter der top der typ ist top du bist bestimmt auch gleich weg siehst du also so ganz schlecht bin ich halt auch nicht oder granate liegst du da behind you ich bin jetzt behind you kommt halt davon wenn man 100 ja okay also dann wie schreibst du auf einmal in blau du hast du hast ein team chat geschrieben du liegst da hallo habe ich nicht nein habe ich nicht nein wir sehen das nicht so streng das kommen wir werden immer mehr hier und hier mache ich mal kurz eine kleine folgen ja ist da ruhig ich mache jetzt hier ein kleines folgen und wir sehen uns dann demnächst wieder in base of space v3 pipapo juliolo schreibt in die kommentare was gefällt was er nicht gefällt das alltägliche quasi wir sehen uns ciao